Der Winter ist die Zeit der Reiseplanung des kommenden Sommers. Doch die hohen Flugpreise erschweren die Jagd nach einem guten Schnäppchen enorm. Expedia hat einen Air Travel Hacks Report veröffentlicht, der hilfreiche Tipps zur Flugbuchung beinhaltet. Je früher, desto besser. Wer günstig fliegen will, sollte seine Reise weit im Voraus planen. Bis zu 10% könnt ihr sparen, wenn ihr euren Urlaub rund 5 Monate vor dem Abflugdatum bucht. Sonntags buchen Der Zeitpunkt der Buchung ist ebenso entscheidend für ein Flugschläppchen. Es stellte sich heraus, dass internationale Flüge an einem Sonntag knapp 15% günstiger sind als freitags. Freitags morgens fliegen Auch der Tag und die Uhrzeit des Fluges selbst spielen beim Preis eine Rolle. So sind die Flüge, die freitags gehen, im Schnitt 40% günstiger als die Montagsflüge. Außerdem ist ein Flug am Morgen oder Vormittag empfehlenswert, da die Wahrscheinlichkeit von Stornierungen hier 15% geringer ist.